1876, der Obmann ist bei Eckart Christian und sie haben 26 aktive Mitglieder. Ich darf eine Veranstaltungskräder machen und zwar haben die am 4. März im B4 in dem grossen Moschungsteil, schaut vorbei, das ist sicherlich eine lässige Sache. Und jetzt darf ich sagen, wieder einmal mit einem grossen Applaus, die Ciara Tübbera! Musik 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 Das war's. 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 Das war's.